Ja, erstmal hallo zur heutigen Folge unseres Modern Koi-Blogs. Zunächst möchte ich Ihnen mal wieder meinen Dank aussprechen, die vielen, vielen Likes, was Sie jetzt auch gleich wieder machen und klick, 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 klick. Die vielen, vielen Likes helfen uns unglaublich. Also unsere Zugriffszahlen auf dem Channel, auf unserer Internetseite, die gehen wirklich steil nach oben. Auch meiner Bitte, doch bitte ein bisschen Futter in unserem Shop zu kaufen, dass wir uns den ganzen Wahnsinn hier leisten können. Auch dieser Bitte sind Sie wirklich nachgekommen. Wir hatten über 30 Shop-Anmeldungen von Leuten, die gleich Futter gekauft haben. Finden wir ganz arg toll. Und ich glaube, ich erzähle Ihnen da kein Geheimnis, wenn ich sage, für uns ist das hier Werbung. Wir wollen für unsere Sache werben, für unsere Arbeit werben. Und das Ziel der Werbung ist immer, dass natürlich auf der anderen Seite der Umworbene bei einem konsumiert. Und wenn das so toll funktioniert wie hier, sind wir dankbar und wir versprechen Ihnen, wir machen das ganze Spiel so lange weiter, solange sich das auch lohnt, solange wir sehen, dass was dabei rüberkommt. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das auch noch in fünf Jahren so machen werden und dass wir irgendwann mal ein Riesensammelsurium an einzelnen Blogs haben, wo sich vom Profi bis zum Einsteiger alle irgendwie zurechtfinden werden. Heute mal ein ganz anderes Thema. Sie haben es in einem der letzten Blogs, ich muss immer aufpassen, ich weiß nicht, in welcher Zeit in den Reihenfolge ich die Dinger veröffentliche. Vor einigen Tagen war die Sandra Lechleiter da, um die Ausgangsuntersuchung für unsere Köllezoo-Fische zu machen. Das war alles perfekt, Parasiten perfekt, KHV perfekt, also perfekt nichts da. Bakteriell überhaupt gar nichts, alles wunderbar, stark. Und jetzt steht die, also heute, wo ich den Blog aufnehme, in fünf Tagen steht die Auslieferung in die Köllezoo-Filialen. Bevor, und da geht es darum, dass die meisten Köllezoo-Filialen haben ihren Koi im Freiverkauf. Das heißt, da ist nicht überdacht, die Fische sind außen, das wird zwar beheizt, aber das kann man ja jetzt nicht auf 20 Grad heizen. Wir haben Ihnen die Vorschrift gemacht, Sie sollen die Becken auf 14 bis 15 Grad heizen und wir haben unsererseits das angegeben, dass wir die Fische von Quarantäne-Temperatur 18 bis 21 Grad jetzt runterfahren werden, auch auf 14 bis 15 Grad. 18 bis 21 Grad brauchen wir insbesondere wegen KHV, dass die Fische, während wir die Proben ziehen, in einer Ausbruch-Temperatur schwimmen. Zum anderen ist die ganze bakterielle Situation und auch die Ernährung der Fische bei 18 bis 21 Grad sehr viel einfacher, sehr viel besser als in tiefen Temperaturen. Aber jetzt heißt es für die Kleinen, und Sandra Lechleiter hat es ja auch schon gesagt, dass wir die Fische gut genährt haben und ich habe es damals in dem Blog auch begründet, ich brauche das, die Fische fahren jetzt ihren Stoffwechsel runter, diese Stoffwechselanpassung braucht Energie, die Energie kann jetzt direkt beim Umsetzen nicht wieder aus Futterenergie generiert werden oder nur schwer, deshalb ist es mir lieber, die haben Reserven und können dann die nächsten Tage, ein, zwei Wochen auch von Reserven leben und sind nicht nur auf Zufütterung angewiesen. Ich erzähle Ihnen jetzt, wie wir Becken abkühlen und Sie denken jetzt, ach, das schalte ich jetzt weg, was interessiert mich das, aber es kommt ganz am Schluss wieder ein interessanter Zusammenhang, den ich vor zwei Jahren hier entdeckt habe, der für jeden, der mal mit dem Gedanken, ein Quarantänebecken anzuschaffen oder auch eine Innenhälterung zur Aufzug zu bauen, kann das hochinteressant sein. Also wir haben vier Maßnahmen, Fenster auf, Becken auf, Wasserstand, absenken plus UV-Lampe ausschalten, der Reihenfolge nach. Fenster auf, die sind aber nur tagsüber auf, nachts sind sie zu, verspreche ich Ihnen. Also wenn Sie Fische brauchen, wollen Sie hier nicht herkommen. Fenster auf ist ganz klar, die warme Luft muss raus, kühle Luft muss rein. Zurzeit haben wir tagsüber zwischen 5 und 10 Grad, perfekt. Becken auf, auch klar, die Becken sind alle aus Kunststoff, Abdeckung aus Kunststoff, das isoliert so perfekt, würde ich das nicht machen, würde ich nicht, habe ich jetzt vergessen zu sagen, ich will das Becken um ein Grad pro Tag abkühlen. Mehr sollte man auch nicht machen, auch wenn die Fische gut genährt sind und alles, die Stoffwechselanpassung sollte langsam, also ein Grad ist es Maximum. Und das eigentlich auch nur, wenn die Fische gesund sind. Sind die Fische krank oder konditionell angeschlagen, ist ein Grad für zwei Tage empfehlenswert. Also Becken auf, dass die warme Luft aus dem Becken raus kann. Auch klar. Der dritte Punkt ist, wir senken den Wasserstand in dem Becken ab. Es ist schon wieder nachgelaufen, das ist jetzt 20 cm tiefer als normal. Das werden wir auch heute wieder um 20, 30 cm absenken. Die Absenkung hat Folgendes zur Folge. Und zwar, wir lassen hier ja Frischwasser rein und das nicht zu wenig. Im Normalfall sind es 10% am Tag, jetzt im Moment sind es 20 bis 25% am Tag. Klar, unser Frischwasser hier hat im Winter zwischen 10 und 12 Grad. Und jetzt geben wir da einfach eine Temperaturvermischung vor und so kühlt es uns das Becken aus. Aber, das ist auch klar, je geringer das Volumen und je größer das Volumen des kaltzulaufenden Wassers, desto höher ist der Abkühleffekt. Und Sie glauben gar nicht, wie schwer das ist, ein Grad bei 5000 Liter so einer geschlossenen Anlage abzusenken. Also daher die Absenkung. Aber einer der wichtigsten Punkte war, dass wir die UV-Lampe ausschalten. Weil durch das, dass wir haben die Genesis Evo Blue Light, 55 Watt, und keine Ahnung, wie viel Abwärme das sind, das sind 35 Watt oder so, wenn das geschlossene Becken sind mit dieser UV-Lampe, da ist die Abwärme so gigantisch, dass es statt einem Grad, das Wasser nur noch um 0,5 Grad am Tag, abkühlen würde. Das habe ich vor zwei Jahren gemerkt, als wir das erste Mal für Kölle-Zo das gemacht haben. Da bin ich mit meiner Beckentemperatur fast nicht runtergekommen. Und nur in einem Becken, wo die Temperatur gut gefallen ist, ist mir irgendwann aufgefallen, hoppla, da habe ich vergessen, die UV-Lampe einzuschalten. Da ist übrigens vom Entkeimungseffekt kein Problem, weil ich will zum einen, dass jetzt der Keimdruck auch ansteigen kann, und zum anderen ist es auch so, dass viele Frischwasser hat ja auch einen gigantischen Entkeimungseffekt. Und was das ausmachen kann, dass die UV-Lampe an ist, nein, wie Sie den Effekt für sich nutzen können, wenn die UV-Lampe an ist, denken Sie vielleicht an einem Quarantänebecken oder auch an einem Aufzuchtbecken, wo Sie viel Futter auf wenig Volumen, wo Sie unter den Bedingungen Fische halten, denken Sie vielleicht darüber nach, isolieren Sie die Becken gut, machen Sie zwei UV-Lampen rein, statt einer, und durch die Abwärme in einem gut isolierten Becken kann das schon sein, dass Sie dadurch deutlich über die Raumtemperatur kommen, und dass Sie da auch dann nicht über die Raumtemperatur, doch, wenn das Becken abgedeckt ist, kommen Sie klar, deutlich über die Raumtemperatur. So ist es bei uns ungeheizt, die Becken, also die Becken selber werden nicht geheizt, wenn der Raum 20 Grad hat, dank dieses Aufbaus haben die Becken im Schnitt 22 Grad. Ich kann Ihnen das auch jetzt mal zeigen, wir haben gestern erst angefangen abzukühlen, dann zeige ich Ihnen Becken, zeige ich Ihnen jetzt Becken, eine Sekunde, Becken 1, machen Sie auf, hier hatten wir gestern eine Temperatur von 18,9, jetzt haben wir es jetzt schon wieder Mittagszeit, jetzt haben wir 17,4, hier hinten, das sind unsere 1000 Liter Becken, die sind auch abgedeckt, weil da sind keine Kölle-Zoo-Fische drin, und jetzt schauen Sie sich einfach mal die Temperatur an, die ist 21,3. Also hier sind wir schon, das liegt natürlich auch im kleineren Volumen, hier sind wir deutlich über der Raumtemperatur, kann ich Ihnen mal zeigen, wie die Raumtemperatur ist, Elektroesel, so, die Raumtemperatur ist 18 Grad, komm, wir machen mal Product Placement, schön, oder? So, 18 Grad, das Becken hier hat 21,3 Grad, und die einzige Zuheizung, die ich hier habe, ist über die UV-Lampe. Machen Sie das für sich nützbar, weil Sie haben dadurch natürlich auch einen gigantischen, entkeimenden Effekt, und hier können Sie mal schauen, Becken 1, haben wir 600 Milliliter Frischwasser im Moment, das sind am Tag 700 Liter, gerechnet auf 3000 Liter, was wir bei dem Füllstand haben, sind wir ungefähr bei 25, 30 Prozent Frischwasser. Auch diese Dinger kann ich Ihnen nur empfehlen, aber das machen wir alles mal zu einem separaten Zeitpunkt, was wir hier machen, und auch was Sie da brauchen. Und ganz wichtig, diese Sprühflaschen. Desinfektion. Also, in diesem Sinne, vielleicht konnten Sie was mitnehmen, wenn nicht, ist morgen vielleicht wieder ein interessanteres Thema dran. In diesem Sinne, ich bedanke mich, haben Sie Fragen, schicken Sie sie bitte an modernkoi, willichwissen.modernkoi.de Jetzt gucken wir mal, ob die noch Hunger haben. Haben Sie. da, da. 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 Vielen Dank.